Ramen, super lecker, aber nur Ramen sind irgendwie auch langweilig. Das geht auch anders. Zuerst schneiden wir uns Schalotten oder Zwiebeln und frittieren sie. Nehmen unser Steak, riechen es mit Salz, schreiten es mit kaltgepresstem Oliven in die Leine und braten es. Schneiden Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Kochen unsere Ramen und ein Spiegelei. Ramen, scharf. Kleine Ergänzung, großer Unterschied. So müssen Ramen schmecken. Götter. Götter.